Hallo und herzlich willkommen zu Zeit für Freunde mit Sims 4 und hier sehen wir im Bild die Candy mit ihren pinkblauen Haaren. Sie kommt gerade aus der Diskothek mit Techtelmechtel mit Don. Und hier wird sie jetzt gleich in unser schönes Zuhause kommen, dass sie immer bunter geworden ist. Da hinten steht schon mal Yuki und unsere Tanja ist gerade auf Toilette. Okay, dann gehen wir mal. Fangen wir mal rein. Ich weiß gar nicht mehr. Fangen wir mal rein, ne? Fangen wir mal an. Gehen wir mal rein. Was haben wir denn eigentlich? Dienstagnachts haben wir. Okay, Yuki muss noch unbedingt programmieren. Momentan scheint sie irgendwie einen Kaffee zu brauchen. Okay, ja, aber dein Kaffee, der macht dich auch, dass du mal auf, ja, Piesel musst, ne? Ja, deswegen werde ich jetzt hier auch mal einmal verwenden und dann programmieren üben. Also wir gehen einfach nur mal, oder ist das dann auch ein wenig ehrenhafter Weg mit Programmierfähigkeit Simoleons zu verdienen oder Plugin programmieren? Wir versuchen es mal mit dem Plugin. Nee, du hast da nichts zu verlieren. Achso, sie möchte gerade irgendwas Spaßiges, glaube ich, machen, unsere liebe Tanja. Tanja, ähm, geh erst mal was essen. Guck mal ganz kurz, ob wir noch was genug da haben. Ja, das könntest du essen. Und dann schauen wir nachher gleich nochmal. Ähm, gepunktete, gestreifte. Was ist das, gestreifte? Guck mal, wir können die... Okay, achso, nee, warte. Frische züchten mit... so, gestreiften oder mit gepunkteten? Mit dem gepunkteten. Jee, was ist neu? Wir haben einen Zielscheibenfrosch. Oh! Wir haben einen komplett neuen Frosch, glaube ich. Lass dich mal ganz kurz gucken. Haushaltssammlung. Ist das jetzt komplett nur für diesen Haushalt? Ja, ne? Also ich meine, das ist jetzt nicht das... Oh ja, genau. Also okay. Also nicht, dass das mit meiner Legacy Challenge auch noch... Nee, das ist genau wirklich, das ist so... Nur dieser Haushalt. Wir haben auch noch Element. Okay, zwei davon. Hier so ein paar Sachen davon, Gartenarbeit mäßig. Und eben, wir haben Frösche. Und das ist Zielscheibenfrosch. Okay. Was habe ich denn da jetzt gezüchtet? Ich weiß es selbst nicht. Gestreifte Herzfrosch mit einem gepunkteten Eierpflanzenfrosch. Hm. Naja, den bräuchte ich für die Legacy Challenge auf jeden Fall auch nochmal. Von daher, schauen wir einfach mal. Was musst du denn noch machen? Du musst auf jeden Fall noch ein Gemälde anfertigen. Das darfst du machen. Ich weiß zwar, dass es dir jetzt auch nicht unbedingt noch Spaß macht. Aber du malst jetzt mal noch eins. Und, ähm... Ach Gott, da draußen, das ist jetzt schon wieder... Candy ist, glaube ich, ins Bett gegangen. Ja, die lasse ich jetzt auch erst mal schlafen. So, und ihr zwei, ihr macht eure Tageshausaufgaben. Hausaufgaben? Tagesaufgaben. So, ich bleib' auch nochmal bei Tanja und spul auch nochmal ein bisschen vor. Ja, die darf das machen. Wir haben jetzt wieder ein kleines bisschen Kohle reingebracht. Oh, was war das? Moment. Das Malware-Abwehr-Blockin macht das Surfen im Netz für alle sicherer. Yuki erhält 12 Simulionsphäre Mühe. Das ist cool. Muss ich nochmal gucken. 25% ist das erledigt. Videospiel oder App programmieren. Okay. Irgendwie, ich weiß nicht, ab wann wir das machen können. Momentan können wir nur hacken oder ein Spiel modifizieren. Das ist ja nicht Programmieren. Also komm, wir machen einfach mal Programmieren weiter. Koffeinrausch. So, kommt... Ah, wo bin ich denn da? So, Tanja, was hast du eigentlich an, Tanja? Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Das ist deine Arbeitsklamotte, oder? Ich hab dir das nicht angezogen. So, gerade erst begonnen. Mit ihr müssen wir noch mit Köder fangen und sechs großartige Fänge machen. Ja, gut. Okay, wir müssen mit ihr also noch irgendwie irgendwo angeln gehen. Jupp, na toll. Das weiß ich noch nicht genau, wie oder wo wir das anstellen. Äh, wie sieht denn das aus? Unsere Candy. Candy, dich lasse ich jetzt auch mal aufstehen. Du darfst nämlich auch mal gerade was essen. Und dann darfst du hier das mal auch reparieren und säubern und dann aufwischen danach. Das fände ich schon cool. So, und dir, meine Liebe, ich geb dir auch mal... Wartet mal, wir haben doch diese coolen neuen Vorhänge. Die würde ich gerade gerne mal für dich nutzen. Ähm, warum ist das hier jetzt bei den Betten drin? Wie auch immer. Ähm, so, Vorhänge. Vorhänge, Vorhänge. Und hier, ähm, das wäre jetzt die Richtung. Und irgendwas mit... Ja, die passt doch ganz gut. So. Okay, wartet mal. Dann würde ich das nämlich auch verkaufen. Und dann kriegst du das Gleiche, nur noch quasi so. Und so. Wartet mal. Da müsste man eigentlich das auch da hinten so umhin machen. Und dann säß... Ja, doch, warum auch nicht, oder? So sieht es doch cool aus. Oh, ich liebe diese neuen Sachen. Ich bin momentan wirklich so ein bisschen daran. Hier das eine und das andere. Und hier bunt vor allen Dingen. Also, ja. Wie auch immer. Die Küche übrigens, die ist mir noch nicht bunt genug. Die werde ich auch noch mal irgendwie... Ich... Ja, das... Da geht noch was. Da geht noch was. Und ich könnte mal ganz kurz, nur ganz kurz mal schauen. Was haben wir denn eigentlich da? Aber wir könnten... Das ist das Einzige, was wirklich andersfarbig ist. Okay. Das da. Hm. Können wir einfach mal zumindest umändern. Dann brauchen wir nämlich kein Geld ausgeben. Das kann ich ja mal machen. So. Aber jetzt erst einmal die Candy. Ach, dieses... Dieser Bug hier ist immer noch drin. Das ist echt doof. Ach so, sie ist ja auch noch bei den Party Peoples. Ich glaube, da... Ach nee, da waren die ja jetzt. Ne? Das war ja diese Gruppe. So. Wir... Ähm... Wartet mal. Wir in der WG-Gruppe... Äh... Keine Objekte supportieren. Wir können säubern und baden und duschen, Garten pflegen, meditieren und essen. So, komm. Wir machen... Wir starten... Genau. Wir starten gerade mal die Gruppe. Dann bekommen wir ein paar Gruppenpunkte. Du isst nämlich hier gerade auch schon. Wobei Yuki jetzt hier oben... Äh... Wie weit bist du, Yuki? Oh, abgeschlossen. Hm. Ja, komm. Dann kannst du mal gerade aufhören. Und... Hey! Unser Gruppenoutfit. Das haben wir schon gar nicht mehr gedacht. Aber das ist das Gruppenoutfit. Jo. Ich weiß ja noch gar nicht. So hundertprozentig weiß ich ja nicht, ob mir das wirklich gefällt. Aber okay. Warum trägst du das nicht, Tanja? Äh... Okay. Du musst... Du willst wahrscheinlich spielen. Nee, über Gartenarbeit recherchieren. Okay. Aber das macht dir Spaß. Vielleicht lernt ihr auch noch was dabei. Ich weiß nicht. Oh, Candy. Mhm. Candy repariert und säubert. Und noch hier was. Das ist ja dann auch noch... Das ist noch... Das Putzen ist jetzt sogar in der Gruppenaktivität dran. Und danach kannst du es dir auch nochmal verwenden. Und... Dann würde ich sagen, alles ernten, zusammen bewässern. So. Wow. Das ist ja ein cooles Bild, oder? Warte mal. Das ist ein gutes, abstraktes Bild. Inspiration sammeln. Ich kann mir nochmal die Leinwand... Äh... Was? Leinwandrahmen. So. Ich kann es aber doch verkaufen. Ja. Zusammen ansehen. Ja, gut. Okay. Ich bin jetzt sehr konzentriert. Das war jetzt wegen der Garten-Dingsbums. Ich weiß jetzt nämlich nicht, was sie da jetzt so macht. Inspiration sammeln. Also es gefällt mir schon ganz gut. Das Bild. Ich habe, glaube ich, selten solche große gemacht. An Kunstgalerie verkaufen. Können wir es auf jeden Fall. Hast du dann deine Arbeit... Zu 50% erst. Das ist ja doof. So. Hm. Na ja, gut. Dann würde ich aber trotzdem auch sagen, du kannst auch schon mal alles ernten. Die Candy kommt, glaube ich, gleich. Und zusammen das da. Und warte mal. Du kannst sie noch weiterentwickeln. Weiterentwickeln. Was sind das wieder für Geräusche? Ich verstehe es manchmal nicht. Weiterentwickeln. Warum zieht sie nicht das Gruppenoutfit an? Ja, da kommt Yuki auch noch. In den Klamotten ja auch hier so. Gartenarbeit. Na ja, gut. Es könnte... Ja. Könnte was Angenehmeres sein. Oh, Yuki hat überhaupt erst die Gartenfähigkeit erreicht. Okay, die habe ich noch gar nicht in den Garten geschickt gehabt. Na ja, gut. Dann muss sie jetzt erst mal so ein bisschen anfangen. Okay. So. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt so einiges an Entwicklung, Weiterentwicklung. Ich gucke noch mal mit ihr hier das dann noch weiterentwickeln. Und was ist mit denen hier? Nö. Okay, so. Na, haben wir doch ein bisschen auch noch was. Das hier noch. Achso, nee. Das habe ich jetzt, glaube ich, trotzdem nochmal. Ach. Das kann Candy auch schon. Das ist doch cool. Ah, ich war ja gerade auf Candy, deswegen. Okay. So, Hygiene. Dann, warte mal. Das kannst du wegwerfen. Und dann darfst du mal eine erfrischende Dusche noch nehmen. Das ist doch auch nicht schlecht. Und unsere Yuki. Ah, du säuberst hier oben. Okay, dann mach das mal fertig. Und danach kannst du, warte mal, einmal die Spülmaschine beladen und dann das hier nochmal ein Gericht nehmen. So, unsere liebe Tanja. Die muss immer noch weitermalen und Spaß bräuchte sie eigentlich auch noch. Aber ich male jetzt erstmal mit ihr ein mathematisches Diagramm. Nee, das will ich nicht. Pop, ein großes Pop-Art-Gemälde. Was machst du mit deinem... Legst es da hin, okay? Hm, na gut. So, Yuki ist glücklich. So, mit dir. Also, du hast Programmieren. Das weiß ich nicht. Was ist denn das jetzt wieder für Faxen hier? Mann. So. Videospiele. Sieben. Programmieren. Vier. Logik. Drei. Also, die drei möchte ich mit ihr auf jeden Fall gut hinbekommen. Das ist eigentlich mal ganz... Das wäre eigentlich ganz gut, jedem zumindest drei Stück zu geben, oder? So, du, Angeln, Malerei und Kochen. Genau. Und Gartenarbeit mehr oder weniger. Und Candy. DJ Mixon. Gutes Tanzen, das brauchen wir nicht mehr. Aber Gitarre und Comedy zum Beispiel. Wow. DJ Mixon, das stimmt. Das ist ja auch nochmal so... Rumalbern muss ich noch. Ach komm, das kriegen wir hin. Yuki, ich brauche jemanden zum Rumalbern. Lustig, den Star imitieren. Nein, 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 nein. Putzen mit Elan. Komm wieder runter. Da oben hat doch schon die Yuki geputzt vorhin. Komm schon runter. Was mir hier noch nicht gefällt, ist eigentlich so der Fußboden. Der könnte auch noch ein bisschen bunter sein. Wobei, wir könnten einfach Teppiche auslegen, oder? So, jetzt legen wir Alba mal rum mit ihr. Komm schon, mach. Das ist doch lustig. Genau, lustig. Jetzt, genau. Der Miener, Jumma. So. Okay, dann ich probiere jetzt einfach nochmal mit lustig den Klopf-Klopf-Witz vielleicht noch. Irgendwie klicke auf einen Sim und wähle Sozialaktionen aus der Kategorie lustig. So, komm, die haben wir auf jeden Fall eins erreicht. Aber ich weiß auch nicht, warum das nicht so wirklich funktioniert. Ausgruppe Vicky austreten. Nein, das will ich gar nicht. Mode. Über Mode scherzen. Das ist nicht rum, Alba, dann anscheinend. Ach, Manu. Warum willst du putzen? Wieso willst du putzen? Tanja muss... Oh Gott, Tanja muss schon in einer Stunde... Wie viel Uhr haben wir? Wir haben schon wieder 8 Uhr morgens. Okay. Stopp. So, wir machen mal ein... Versammlung enden. Und, äh, okay. Okay, das verkaufen wir auch direkt. Spaß brauchen wir noch. Das ist zumindest abgeschlossen. Sehr schön. Also, wir verkaufen und danach können wir mal irgendeinen Film ansehen. Ein Sim im Liebeswahn zum Beispiel. Ähm, nee, ich will doch alleine Fernsehen gucken. Ja, okay, dann einfach nur Fernsehen. Hups. So. Yuki. Ja, genau, Yuki. Du räumst mal hier wieder ein bisschen auf. Und... Du musst... Äh, um 10. Also, das heißt, um 9. Die wird ja auch bald gehen. Schlafen. Candy. Was machst du? Nee, du brauchst du nicht. Du kannst jetzt eine Runde schlafen gehen, Candy. Komm schon. Du brauchst jetzt nicht spielen. Musiküben übrigens abgeschlossen. Heute nochmal frei. Okay. Irgendwie rumalpern müssen wir. Aber, hm. Hm. Das hat nicht funktioniert. Ich finde ja, das sieht zwar auch süß aus bei ihr. Das, was sie da anhat, aber irgendwie zu brav für sie. So, das sieht schon besser aus. Haha. So. Ah. Guck mal, das hat Yuki nicht fertig geputzt gehabt. Hm. Naja, na gut. Okay, du. Wann musst du zur Arbeit? 9 Uhr. Das heißt, in deiner Viertelstunde ein bisschen vorspulen. Ich hoffe zumindest, dass ihr Spaßlevel hochgeht. Die Energien hier auf jeden Fall flöten. Mist. Na gut. So. Ab zur Arbeit. Arbeit. Sich erdrückt fühlen. Äh. Einen sprunghaften Sinnfeld. Es wäre eine lange Beziehung aufrechtzuerhalten. Vielleicht ist es an der Zeit für eine Abwechslung. Äh. Wir haben doch gar keine Beziehung. Vielleicht ist das ja auch das Problem. Naja, bis auf diesen, ähm, Jay oder wie er heißt. So. Oh. Oh, die ist immer noch, oh, sich erdrückt fühlen, sich gefangen fühlen und unerprobt. Ich glaube, die hat keinen Bock auf die Arbeit. Kann das sein? Ich muss immer zu dieser riesen Arbeit jeden Tag das Gleiche. Ich glaube, wir sollten mit ihr, hm, ich glaube, wir sollten mit ihr vielleicht so eine freischaffende, äh, Künstlerin machen. Das, da wäre sie wahrscheinlich glücklicher mit. So, die anderen beiden. Oh, Telefon. Äh, zum Nachtclub. Es ist früh am Morgen. Man geht nachts in einen Nachtclub. Da ist mehr los. Das hatten wir nämlich schon. Tagsüber ist einfach, ja, zu viel. Yuki, Arbeit. Warum bist du wütend? Blindwütig, verflixt, Scheibenkleister und potztausend. Okay, sie ist ein bisschen wahnsinnig. Und dann hat sie ab und zu mal so ein paar Wutanfälle. Naja, gut. So, und ab zur Arbeit. Und ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Candy schläft ja noch eine ganze Weile. Wenn sie dann ausgeschlafen hat, dann sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Eure Sagi Night Owl. Ciao, ciao.